Es wird ein grosser Kampf für den 10-fache Kickbox-Weltmeister Shemsi Bechiri aus Basel. Ein Sieg gegen den 2-fache K1-Champion Andy Sauer aus Holland wäre die Krone für unsere 28-jährige Kickbox-Superstar. Der heisse Kampf steckt am Samstag, 25. Januar an der 6. Super-Pro-Fight-Night. Kommen Sie in Sporthalle Pfaffenholz bei der Reha-Klinik und erleben Sie harte Fights auf höchstem Lever. Untertitelung des ZDF für funk, 2017